Jeder Mensch ist anders. Gut so, finden wir. Denn wir fördern junge Helden genauso wie alte Hasen. Individuell und interkulturell. Beim Berufseinstieg und Umstieg. Wir bilden uns nichts ein. Wir bilden aus und weiter. Bundesweit mit Volkshochschulen und Verbänden. Wir sind Netzwerker, Brückenbauer und Mutmacher. Wir gestalten Bildung kreativ und zukunftssicher. Digitalisierung? Okay. Demografischer Wandel? Okay. Fachkräftemangel? Nicht mit uns. Denn wir packen das an. Mit Bildung. Was sonst? BBV e.V. Verein zur Förderung der beruflichen Bildung an Volkshochschulen. Auch wir sind Partner in diesem starken Netzwerk.